Kribbel, kribbel und so. Wolling, ich frage mich, warum die denken, wir sind eine Kreatur der Elfen. Ich frage mich, dass die Flüsse schneller gehen können, als wir eine Wälder reparieren können. Ja, wir haben uns nicht fertig gemacht. Wir haben eine Nummer, um uns zu kümmern. Was war das Geräusch? Oh, hat eigentlich auf die Fackel da drüben gezielt? Ist jemand da? Nee, 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 hier ist nix. Hau ab. Er hat ne Browser am Gürtel, die hätt ich gern. Bloody hell. Oh, ich wollte die Flasche greifen und... Achso. Achso. Ich wollte die Flasche greifen, wollte ich sagen und da hat er die Fackel gegriffen. Ja, dann gehen wir mal rechts lang. Uh. Pfff. Äh. Ich mein, hi. Nee. Ähm. Ähm. Das ist jetzt unpassend. Nee. Reicht nicht aus. Vielleicht mit Anlauf. Oh Gott. Ich, ähm. Ciao. Hm. Heidenseek ist gut. Es muss hier irgendwo sein, irgendwo. Hahaha. Ruckzuck ist das hier ne Party! Oh ne große! Ah, shit. Let's go! Hahaha. Ja, well, fuck my life! Ähm. Awww. Huh. Ähm... Hm, das ist weg. Genau. Was ist die Sprüche, ne? Versuch, mit einem Lächeln im Gesicht zu sterben. Ich will deinen Kopf über meinen Kamin hängen. Gott. Es ist ein Intruder in der Umgebung. Bleib auf deinen Gertrude. Bleib auf deinen Gertrude. Ich wollte den gerade schubsi. Darf ich nicht. Ich doof. Ähm. Bäh. Geh weg. Wollst du ja nicht hören? Selber schuld. Oh, fuck. Ich mein, hi. Ich find's immer noch fies, dass diese scheiß Käfer nicht auf die Wachen losgehen. Nop. Gut, da sind die Dinger. Das wollte ich wissen. Hopp. 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 Oh Gott. Huha. Kann ja lustig werden, wenn du hier einen Nicht-Gesehen-Run haben willst und so. oder einen Speedrun. Äh. 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 Fresken-Galerie. Da oben. Äh. ist das ein Schalter? Ist das ein Schalter? Sieht so aus, ne? Äh. Oh. Oh. Nice. Äh. Äh. Das sieht ja unschön aus. Scheiße. Es ist ein Schalter. Äh. 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 Cool. War schön mit dir. Achso. Okay. Hätte ich mir ja denken können bei den Leuten da auf dem Fußboden, ne? It's a trap. Das ist ein Weg nach draußen. Ah. Den hier. Was haben wir denn denn sonst? Ja, ja. Oh nein, eine Falle. Wer hätte das denn sehen können? Tutentun. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ach so, jetzt geht's hoch und die andere Tür ist auf. Okay. Und nicht hoch springen, sonst finden Sie Kartoffelnmus. Oh, das war nur für die Münze. Hm, naja. Okay. In der ist man immer schlauer. Was hat er für eine komische Kapuze auf dem Kopf? Oh, okay. Oh, die Bedingung hat gerade begonnen, mein Freund. Genau. Das Viadukt. Das ist wertvoll. Das ist ein Blick. Okay. Auf zum Viadukt. Die Falle oben ausgelöst. Ja, nun sammeln das ein, was von ihm übrig ist. Wie wollen die da oben hochkommen? Gerade mit ihrer fetten Plattenrüstung. Ich glaube, ich habe einen Logikfehler entdeckt. Da ist Klaus Günther mit seiner Ironman-Rüstung. Ach, man. ich hasse diese käfer so was cleveres wieder recyceln von den leveln so eine fiese scheiße die wasen alter wie unfair du willst doch bestimmt schlafen oder du machst doch eine mittagspause so ein problem weniger der geht sich mal hier nächtigen das steht ihm sehr gut zu angesicht da oben händen steht das ist sehr gut geht auch so ich habe kein goldhaus mehr egal egal es wird schon irgendwie funktionieren egal egal hier nicht noch irgendwo ich sehe ich sehe doch ich sehe doch eine möglichkeit ich muss nach oben so sehr gut hier war doch der eine typ den wir mal umhauen sollten werkstatt durchsuchen das klingt interessant oh seht ihr was ich sehe ja owain ist nicht mehr den haben wir über den haupten geschossen questbedingt au 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 die wollen mich schweinerei ja der ork ist egal ist klar hier fang zack krache muss sein ich habe nur noch sand und säuretränke naja ähm boah link auch der ork der zerfleischt nicht die wachen normalerweise der müsste auf die wachen losgehen oder sehe ich das falsch ja aber neben ziel abgeschlossen ist auch in ordnung so ist der alleine ich frage für einen freund der sieht alleine aus das ist karl arsch das ist ok gut dann halt so er macht die facken fackel wieder an warum auch nicht ich suche mir meine freunde allein aus kollege so dann passt das die funzel auch aus ich riskiere mal nochmal ein speichern hm ja natürlich hat die irgendjemand wieder angemacht wahrscheinlich er da drüben ne also er da mal gerade angelatscht kommt hm schauen wir mal ne ach er hier war es das letzte mal schön bleiben ja entdeuts oh Der ist gefährlicher. Der hat das überlebt. Willst du mich verarschen? Alter. Oh ja, klar. Der hat einen Helm auf. Der hat einen Vollhelm auf, ich Idiot. Klar, er schmeißt auf den Kopf. Okay. Schade. Aber wir haben nicht so viel Progress verloren. Den hier. Da kommt Klaus Günther gleich wieder ums Eck und will die Fackel ausmachen. Okay. Das ist gemein. Da ist er schon. Der muss weg. Ich hätte ihn mal doch leise killen sollen. Wer kommt denn da jetzt? Ach doch, der Spaten vom Dienst. Aha. Hau ab. Riechst du da mit? Geh weg. Ich kann ihn nicht mal wegfangen, weil der andere da noch umsteht. Schade. Dann räume ich mal kurz auf. Echt? Echt? Echt jetzt? Ist das nicht euer scheiß Ernst? Die habt ihr doch gerade schon mal gesehen, Mann. Ach so, der macht die Fackel wieder an. lalalala ich sammel hier das ist ein sammelpunkt für tee freunde da unten die sind am trinken also kann ich von hier aus tatsächlich leck mehr am schnitzel hätte ich nicht gedacht so drei minimum noch zwei da waren mehr als zwei drei stück ich würde jetzt das messer nicht wieder aufsammeln kann das wäre sehr hilfreich wir sind aber relativ nah dran wo wir hin wollen los das bringt uns hier nichts machen wir aus das ding und ja hier sind wir mal rein und das habe ich übersehen das habe ich beim auf camera spielen entdeckt hier ist ein geheimraum da ist also in dem anderen level war hier ausrüstung drin die wir jetzt tatsächlich gebrauchen können schauen wir mal was kriegen wir nehmen und sind kollegen hier einen legen wir hier ab und den stellen wir hier hin und wechseln zurück dann wir nehmen ihn nochmal mit dann bleibst du hier und flop So, vielen Dank. Goldharz, Messer, Goldharz und Lebensdrang. Und Säure. Aber mehr gibt es hier tatsächlich nicht. Dankeschön. Brause. Oh, noch eine Brause. Ach Gott. Einmal Himbeer und einmal Orangie. Passt. Einmal rote Brause und einmal jelbe Brause. So. Und ein Buller-Messer haben wir auch gekriegt. Wir erinnern uns, wir kamen hier rein. Und sollten dann hier anderweitig lang. Ja. Wir müssen bei dem Heinz da vorbei. Ungesehen sinnvollerweise. Da liegt eine Münze, die soll mir jetzt egal sein. Wenn ich jetzt... Das da ausmache. Dann juckt ihn das, natürlich. Den könnte man so super schubsen, ne? Theoretisch. Na ja. So. Wenn du jetzt mal nach woanders hinguckst, bin ich dir sehr dankbar. Und hopp. Und hopp. So. Ähm. Ja, Safety First, ne? Wer nichts wagt, nichts gewinnt. Tschau. Schade um die Flasche, aber das ist okay. Die anderen zwei sollen weiter kloppen. Ist in Ordnung. Noch einer. Oh Gott, sagt sich einer? Oh, ich höre einen Ork. Das ist jetzt nicht so schön. Aber der kommt, der Ork ist da rechts irgendwo. Oh, wir müssen links lang. Toll. Dein scheiß Ernst. Schade ums Messer. Ah ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Oh, fuck. Schneller, schneller, schneller. Der Kollege kommt gleich wieder. Recht dir keinen Nagel ab. Danke. Huha. So, ich muss unbedingt noch was trinken. Scheibenhonig. Holla, die Waldfee. Es ist warm und es ist schabannend. Ich mach mal speichern. Architekt Nummer 3. Ich hätte denn keinen größeren Weg raus. Muss man dann hier lang. Wir müssen zu den Schmugglern. Ach, du Heiligen. Euch die Scheiße machen. Tschau. Aber ich weiß, wo ich bin. Hier waren wir überall schon mal. Also, mehr oder minder. Oh, Fatsch. Haha. Wutti. Wenn ich da... Geht das? Sag ja. Sieht gut aus. Oh, nice. Rotmesser. Rotmesser. Schmer. Schmer. Sieht gut aus. Das ist ein Experiment für jeden Tag. So, was? Es ist gut für Business. Er hat sich dann verbessert. Er hat sicheres Wissen. Aber du weißt? Jahr. Es macht das gleiche. Jeden Tag. Es ist... Und wir. Schmerz. Wir machen es nicht? Wir machen das gleiche. Wir machen das gleiche. Jeden Tag. Wir halten zwischen vier Wände. Aber wir. Das ist gut. Wir sind bewusst von einer Scheiße. gar nicht mehr aktuell residiert ich müsste marke oder so mal fragen von den briten ich habe das nicht mehr so auf dem schirm aber so vor dem von dem englischen königspalast die mit den hohen hüten weißt du kannst das so stramm stehen wie so ein soldat also wie so ein zinnsoldat und denn das 1 schmuggler ja oi bodwin you're the one who feeds querberus i'll trade you a month of fatigue duty against one week of guarding the old man you joking i've never eaten so well since i've been looking after him don't be a rat one month of fatigue duty against one week we share his ration between us go die you piece of well well i better discreetly follow this bodwin i think i saw something move nein habe ich noch ember ja das ist echt scheiße jetzt ich hasse solche quests ne ich hasse solche quests wo du so ach shit das ist wieder so ein heinz mit einem ja ich sehe das immer nicht deswegen habe ich das messer jetzt geschmissen der hat noch eine goldharzflasche die kommt mir gerade recht gib mal her gib mal und also gib here